Guten Tag, hier die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 17. November. Die zweite 10-jährige Revision von Block 2 verfolgt weiter mit der Reinigung des Lagerungsbecken vom Druckbehälter. Die begegneten Zufällen bei der Bearbeitung auf inneren Schraubeneinrichtungen, erste Einschreitung diesem Tipp auf dem französischen Park, haben zwei Monate Verspätung auf der Dauer des Stillstandes erzeugt. Parallel dieser Bearbeitungen die Vorbereitung der nächsten wichtigen Etappe, der Kontrolltest des Reaktorgebäudes und Valum, der nächstes stattfinden soll. Dieser gesetzliche Test, der alle 10 Jahre stattfindet, besteht den Reaktorgebäuden unter viermal den Luftdruck beanspruchen, um die Dichtigkeit des Gebäudes nachzukurfen, sowie der Widerstand des Betons. Betriebinspektionsmaschine 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 Betrieb-Inspektionsmaschine Betrieb-Inspektionsmaschine Die zweite zehnjährige Revision erlaubt außerdem Erneuerung des Brennstoffes, die Durchführung der gesetzlichen Kontrollen an diesem Stadium des Lebens, diesem Block und auch unter Beachtungsarbeiten für die Zukunft vorzunehmen. Dieser Ruhestand erlaubt ebenfalls gewisse Änderungen vorzunehmen, für die technischen Charakteristiken der Anlage zu verbessern und die letzten Entwicklungen im Bereich Sicherheit zu treffen. Betrieb-Inspektionsmaschine 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 Block 1 steht mit voller Leistung dem Netz zur Verfügung, um den Kunden den notwendigen Strom zu liefern. Das Informationszentrum ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Besichtigungen des Werkes werden für angemeldete Gruppen organisiert. Der Kontrolltest Der Kontrolltest Betrieb-Inspektionsmaschine 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 Anderseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und die Informationen über ÖDF auf dem Netz finden. Bei www.edf.fr Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören.